Musik Man konnte sich da einfach einmal kennenlernen, einmal schauen, wo sind vielleicht die Stärken, wer ist der Mitarbeiter, was bringt er auch für persönliche Qualifikationen mit. Mein Bewerbungsgespräch ist auf drei Phasen abgelaufen, was ich sehr praktisch finde. Die erste Phase war natürlich das Kennenlernen der Führungskraft. Die Führungskraft ist von Anfang an mit eingebunden, zusammen mit dem Personalrecruiting, die die Führungskraft unterstützt. Also ich bin der Meinung, man soll sich bei dem Unternehmen, bei dem man sich beworben hat, vorab immer informieren, wie lang gibt es das Unternehmen, wie groß ist das Unternehmen, was genau macht das Unternehmen, das finde ich doch recht wichtig. Ich habe mich damals sehr eingehend vorbereitet für das Bewerbungsgespräch. Ich habe mir die Homepage angeschaut, mich habe ein bisschen informiert in anderen Plattformen, Netzwerken, Social Media, die ganzen Sachen. Man muss sich so präsentieren, wie man ist. Alles andere ist dann eine Fassade, die dann irgendwann bröckelt und mit Ehrlichkeit kommt man immer noch am besten. Ich kann im Verkauf, wenn ich mich für einen Verkauf bewerbe, nichts falsch machen. Dadurch, dass es so viele Typen, auch Menschen im Verkauf oder Menschen gibt, brauche ich auch den richtigen Verkäufer dazu. Gepflegtes Äußeres ist wichtig und sonst denke ich, man sollte einfach so sein, wie man ist. Gepflegtes Äußeres ist wichtig.